Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Über und über der Wand von den Gästen steigt ja nichts mehr auf. Lass mal wieder rausgehen, lass es lassen, wieder Licht, schweigt nichts. Wenn die Tür wackelt so vor sich hin, lass ich sie machen. Das Viech atmet, man so laut atmet, das kann doch nichts sein. Ist doch ein Viech, nicht mein Viech. Nicht mein Viech. Nee. Oh no, wird doch nicht, fühlt sich zu sehr, kann ich nicht mehr, seh ich weg. Lieber TV, da jetzt auch Licht aus, muss wohl Krieg sein. Ich krieg TV, ich krieg TV, ich bin dabei. Ich krieg TV, ich krieg TV, 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 ich bin dabei. So eine Pfarr.